Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Ja, das Trierberg ist eigentlich eine ziemlich coole Bude. Das Trierberg ist für mich irgendwie ein Zentrum für Jugendliche in Wiener Neustadt, wo Musik abgespielt wird, wo Informationen gegeben werden, wo Workshops angeboten werden, wo man auch als Fremdveranstalter einfach die Bude mieten kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich auszudrücken, auch künstlerisch. Wo man sich zum einen irgendwie als ehrenamtlicher Mitarbeiter anmelden kann und auch mitarbeiten kann. Es gibt einfach Möglichkeiten, dass man alternativ zur Partyszene irgendwie sich austoben kann und einfach mit Leuten treffen und sich gut unterhalten kann. Das Trierberg kann auch einen Einstieg in die Musikszene an sich geben. Dieses Trierberg wird auch von vielen genannt das zweite Wohnzimmer. Und so fühlt man sich einfach, wenn man da ist. Und ich finde es ist einfach eine tolle Plattform, in der man Menschen trifft, die eigentlich ein bisschen mehr open-minded sind. Also das Trierberg ist in Österreich, in einer kleinen Stadt südlich von Wien. Zwischen Wien und Graz findet man es. Graz ist halt auch noch so ein bisschen die nächstgrößere Stadt, die einfach in der Mitte liegt. Also wenn man Wien gefunden hat, findet man Neustadt wahrscheinlich auch. Autobahn runter und dann geht es ganz einfach an den Füßen. Und es befindet sich auf der B17, eine ziemlich lange gerade Straße. Auf der linken Seite. Wenn man von rechts kommt. Und wenn man einen noch eini- Ha Promise! Um noch eini- einein neste Bier 으ñosn! Aber man kann nicht auf der Behörden sein!